Erstmal ab in den Süden. Nein, noch nicht in den Süden Amerikas, sondern in den von Deutschland. Auf einem Reiterhof im schwäbischen Illertissen warten zahlreiche leidende Tiere aus dem Umkreis samt ihren Besitzern auf Hilfe vom Knochenbrecher. Der erste Patient ist ein Hengst mit scheinbar dubioser Vorgeschichte. Tamme schwant nichts Gutes. Hast du einen Sattel mit? Nein, weil ich hab den selber so noch nicht gerettet haben. Ich hab den erst sieben Wochen von Italien geholt und das Pferd war nur eingesperrt. Den ging es nicht so gut und ich hab ihn jetzt ein bisschen aufgefuttert. Hier musst du, dies müsst ihr im Auge behalten. Das ist ein Dornfortsatz, der ist sowas von schief da. Weißt du diesen Knubbel? Ja. Du musst damit rechnen, dass er den Weg nach Italien gefunden als ehrliches Pferd. Das hatte seinen Grund vielleicht. Per Auskomme. Ja, ich sag's ja nur. Immer drauf gucken. Wenn er Druck kriegt und lässt sich nicht reiten, dann hat es einen anderen Druck gehabt. Dann lässt du hier ein Bild machen. Okay. Weil das, was ich hier fühle, das gefällt mir nicht. Okay. Aus Frankreich und Italien muss man tausendmal vorsichtiger sein mit Pferdekaufen wie aus allen anderen Ländern. Das sind die Leute, die diese aufessen. Und wenn sie denn noch irgendwie einen kleinen Weg finden, den nochmal wieder zu versilbern und wieder zurückzuschicken, dann tun sie das. Okay. Also, der muss einen Sattel haben, der ganz viel Freiheit hat. Fühl dich selber mal rüber. Nein, nein, geht schon. Das ist so? Der Dornverzett ist richtig angeknöchert. Und da muss ich halt aufpassen, wegen dem Sattel, dass praktisch der Sattel hier nicht direkt aufliegt. Da muss ich halt schauen, ich muss das auch erst nachschauen, was ich da jetzt nimm oder wie ich das am besten mache. Aber das ist eigentlich, mit dem kann ich leben. Denn ganz so schlecht steht es doch nicht um ihren tierischen Italien-Import. Hallo. Hallo. Nur versteht der südländische Amigo offensichtlich weder Schwäbisch noch Ostfriesisch und stellt sich stur. Ihr müsst immer mit reden vorne. Und du stehst ja auch wie ein Sack Kartoffeln. Ja, mein, wir sind vor dir zu tun, gell? Du musst uns jetzt auch was mit tun müssen. Nein, ihr müsst doch das Pferd eingehen. So, ein Stückchen Schritt und dann spektakulär traben. Bis zum Pferdeanhänger und wieder zurück. Und traben. Schwer zu sagen, wer hier spektakulärer trabt. Besitzerin oder Pferd? So, nun vollspiel zurück. Piste frei halten. Auf dem halben Ende nachjagen. Die beiden mal ein bisschen Gas geben. So, Anton, Druck geben. Nicht aufhören. Traben. Ihr seid gerade im Begriff zu traben. Bis zu dem Hänger. Schneller werden. Der trabt doch nicht. Da kriegt Valium wieder eine ganz andere Bedeutung. Das ist ein Traben. Schneller reitest du auch nicht mit dem Pferd. Dann hättest du ein Schaukelpferd auch getan. Da muss ich aufpassen, wegen dem Sattel. Natürlich in anderen Beschlägen. Aber der wurde ja noch beschlagen in Italien. Das hat also mein Hochschmied noch nicht gemacht. Und ansonsten, Selenmangel hat er ein bisschen einen. Aber das sind Sachen, da hole ich einfach das, was der Tami mir aufgeschrieben hat, hole ich da und dann kriegt er das. Und dann ist gut. Aber so der Gesundheitszustand von ihm ist ja ansonsten okay. Anton, du machst weiter. Wenn da jetzt Fragen sind, quetsch hinaus. Alles klar, ich quetsch hinaus. Und wenn Anton nichts weiß, schlag in den Genick. Seine Mama hat zu mir gesagt, das muss so laufen, sonst begreift er es nicht.